Bayern will die Wasserstoffwirtschaft ins Laufen bringen, meine sehr verehrten Damen und Herren, und wir haben hier ordentlich vorgelegt. Wir haben vor ziemlich genau einem Jahr unser Wasserstoffbündnis Bayern in Nürnberg gegründet, haben dort die Akteure vernetzt, haben dort die Wissenschaft mit der Wirtschaft und der Politik zusammenbekommen, haben dort mittlerweile über 100 Mitglieder in einem Wasserstoffbündnis, wo die Akteure alle der Überzeugung sind, Wasserstoff hat Zukunft und wir wollen die Wasserstoffwirtschaft voranbringen. Und übrigens fördern wir auch die Firma Quantron bei der Umrüstung dieser LKWs, also auch die sind in einem Förderprogramm des Freistaats Bayern. Bei Gelegenheit werde ich euch besuchen in Gersthofen und wir schauen uns die Werkstatt von Ort an, also die Wasserstoffzukunft beginnt in Bayern spätestens ab jetzt.